Das Tor, das den Bann bricht in der 78. Minute, Mario Haas. Knaller zu weit vor dem Tor, 8. Saisontreffer für Mario Haas. Der 10. schon in Bewerbsspielen in dieser Saison und der 6. gegen die Austroer-Filier. Schauen Sie noch einmal, überrascht der Knaller, der zu weit vor dem Tor steht.